Denn viele von euch schreiben mir immer in die Kommentare Da kann ich ein Pad, mein Username ist so und so Aber nur weil ihr mal euren Username schreibt heißt das nicht, dass ihr automatisch Pads von mir kommt Außer jetzt, jetzt dachte ich mir, kann ich ja mal ein Pad hergeben. Dafür gehe ich einmal kurz in meine Bank und ich würde sagen, heute können wir, hm, so einen Neon Twilight Tiger, ja, den können wir glaube ich hergeben Gehen wir mal auf Withdrawal. Ah, ich muss 20 Sekunden warten, uah Dann gehen wir in den Briefkasten rein, ich gehe auf Send und einer von euch, der mir in die Kommentare geschrieben hat, heißt Ehrengurke5 Und jetzt bekommt ihr von mir einen Neon Twilight Tiger und hier noch 187000 Bitte sehr, ganzes Video im angepinnten Kommentar